Jahrelang ist in Deutschland vieles deutlich teurer geworden. Nun gibt es gute Nachrichten vom Statistischen Bundesamt. Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im März weiter abgeschwächt. Die Inflationsrate liegt nun bei 2,2%. Das ist der niedrigste Stand seit fast 3 Jahren. V.a. Nahrungsmittel und Energie sind zuletzt sogar günstiger geworden. Teurer sind u.a. Dienstleistungen, Restaurantbesuche und Reisen. Knapp 3 Monate nach dem Insolvenzantrag von Galeria Karstadt-Kaufhof hat das Amtsgericht Essen das Verfahren eröffnet. Gläubiger können nun ihre Forderungen anmelden. Der Insolvenzverwalter führt derzeit Gespräche mit möglichen neuen Investoren. Allerdings will keiner alle noch verbliebenen 92 Filialen in Deutschland übernehmen. Viele Beschäftigte fürchten daher weiter, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren. Auch wenn das Insolvenzverfahren bereits läuft, geht der Betrieb in den bestehenden Galeria-Filialen zunächst normal weiter, so wie hier in Köln. Bei den Beschäftigten herrscht aber große Unsicherheit. Sie erleben das 3. Insolvenzverfahren innerhalb weniger Jahre. In der Vergangenheit gab es immer wieder Filialschließungen. Das ist die Angst um den Arbeitsplatz für die Familien und für die Beschäftigten. Die Hoffnungen ruhen nun auf einem möglichen neuen Investor. Man habe das ganze Osterwochenende durchverhandelt, so der Insolvenzverwalter, mit 2 potenziellen Käufern. Unser Ziel ist es, dass wir in der nächsten Woche beurkunden und in der nächsten Woche dann auch kommunizieren, wer der 2 Kandidaten den Zuschlag erhalten hat. Zurzeit hat Galeria Karstadt-Kaufhof Standorte in zahlreichen deutschen Städten mit insgesamt 12.800 Mitarbeitern in 92 Filialen. Mindestens 60 davon sollen nach Angaben des Insolvenzverwalters verkauft werden, würden also erhalten bleiben. Die Warenhäuser in Premium-Lagen großer Städte seien bei Investoren begehrt, sagt Handelsexperte Jörg Funder. In mittelgroßen Städten mit weniger Publikumsverkehr sei das aber nicht der Fall. Aus diesem Grund heraus gibt es mehr dieser unattraktiven Filialen und wenige der attraktiven Flächen. Deswegen scheint mir die Anzahl 60 Filialen, die in Summe zu veräußern sind, tatsächlich sehr hoch gegriffen. Die beiden potenziellen Käufer verfügten über Erfahrung im deutschen Einzelhandel, so der Insolvenzverwalter. Für ihn ein Zeichen dafür, dass sie es ernst meinen, mit der Rettung von Galeria.